Freunde, heute werde ich ein Date mit Charlina in Florida haben. Machst du die Männer eigentlich nervös? Nee. Geiler Typ! Ich denke, wir sind hier so ein Totel-Täubchen-Pärchen, weißt du? Sind wir nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht! Du hast einen Knall, Charlina, und das finde ich geil. Charlina, heute haben wir unser Date. Bin ein bisschen aufgeregt. Wirklich? Ich bin wirklich immer aufgeregt. Wie aufgeregt? Eins ist zehn. Neuneinhalb. Oha! Wir werden ein bisschen romantisch unterwegs sein. Wir werden Seeluft schnuppern. Vielleicht werden wir auch zusammen Händchen halten. Und wir werden Motorrad tauschen. Du findest sie geil, oder? Nee, eigentlich schon echt nicht. Aber den Fahrer? Ja. Skala eins bis zehn? Acht. Acht? Was braucht er denn, um auf eine Zehn zu kommen? Ein Date. No joke, ich werde alles geben. Wirklich. Daddy? Mommy? Ja. Machst du die Männer eigentlich nervös? Nee. Du? Der Winkel wird so hässlich. Warte mal, so? Dann mache ich jetzt so Ultraweitwinkel. Perfekt. Also bevor wir jetzt hier zu weit abdriften, da steht dein wunderschönes Motorrad mit deinem wunderschönen Helm. Das ist aber dreckig. Nicht zeigen. Nein! Sieht super aus. Auf der Kamera sieht man das nicht. Sieht man das? Nenn mal eine Sache, die du besonders liebst an deinem Motorrad. Das fährt smooth. Smooth wie ein Smoothie? Ja. Und das Lila ist eigentlich geil. Das ist zu dreckig. Ich dachte, du hättest dich vorbereitet, weißt du? Ich hab mich vorbereitet fürs Date. Oh mein Gott, okay. Ist da jetzt irgendwie so ein Geschenk verpackt unter dem Hoodie? Vielleicht. Das darf ich dann auspacken, wenn das Date gut läuft. Vielleicht. Gibt es noch eine Sache, die du dir für heute wünschst? Auf jeden Fall geiles Essen nachher. Und du? Ich hab mir was gewünscht, aber steht schon vor mir. Oh. Eigentlich können wir auch hier stehen. Wir brauchen gar nicht Motorrad fahren. Wir gucken uns jetzt einfach zwei Stunden straight in die Augen. Na komm, schau auf, wir fahren Motorrad. Hast du dein Horn verloren? Nein, das war gerade noch da. Das warst du. Stimmt gar nicht. Du bist ein Dieb. Guck doch nach. Ja. Wie? Oh, da gib's mir. Gib mir das alles im R. Oh, warum stöhnt die Alte denn immer? Weil ich's kann. Okay. Gott im Himmel, ich kann das alles nicht mehr. Geisteskrank. Hörst du mich? Ja. Charlina? David. Charlina? David? Au. Wollen wir kurz fahren? Mach keinen Scheiß, ne? Ich bin echt schlechter Sozius. Oh. 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 Oh, 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 oh. Wer tut sich das freiwillig an? Junge, du bist ja wirklich ein richtig schlechter Sozius. Also wenn du bremst, wirklich, ich rutsch hier, so. Wirklich. Das waren die schlimmsten fünf Minuten, seitdem ich hier in Florida bin. Ja, vielen Dank für die Mitfahrgelegenheit. Ich setz mich dann doch lieber auf mein Motorrad und fahr selber. War aber trotzdem eine tolle Erfahrung. Vielen Dank. Gerne. So, jetzt starten wir richtig unser Date hier, ne? Dann schreie ich auch nicht mehr wie ein Mädchen rum. Okay, gut. Die Leute haben mich gefragt. David, wann ziehst du nach Florida? Die fragen ja auch, wann wir endlich heiraten. Ja, wann heiraten wir denn eigentlich? Du bist der Mann. Weißt du, was ich geil finde? Mich? Dass du manchmal asozial mit mir mitfährst. Naja, muss ich ja, oder? Stell dir mal vor, dein Date kann nicht mit dir mithalten. Das wäre ja erbärmlich. Ja, das wäre echt ein bisschen peinlich. Da war schon wieder ein Stirn, aber wir müssen dir das doch abgewöhnen. Warum? Gefällt es dir nicht? Mir gefällt es, ja, doch, doch. Dann lass die Hater doch haten. Ist echt so, ja, drauf. Das wird hier gestöhnt. So, sag mal, Shalina, wenn du wieder reisen darfst, würdest du mich dann auch mal besuchen kommen in Germany? 100 Prozent. Ich habe letzte Nacht sogar davon geträumt, wieder in Deutschland zu sein. Du bist zwar leider nicht im Traum vorgekommen, aber du wirst in der Realität vorkommen. Ich werde dich bekochen und du bekommst ein Bike. Das ist der Beweis. Ja. Kann ich dann auch bei dir schlafen? Ja, klar, rein theoretisch schon. Drei, zwei, eins. Ich dachte, sie retten auf die Straße. Mann, einfach eine Oma weggescheppert. Weißt du, wo wir hinfahren? Da ist ein ganz besonderer Ort, an dem wir schon mal waren. Willst du mal Moppet tauschen? Ja. Weil du geierst die ganze Zeit schon so auf meinen Hobel. Ich merke das. Du willst unbedingt fahren. Ja, auf jeden Fall. Schaust gut aus. Keine Sorge. Danke. Ich tippe dich so gerne. Ich dich auch. Ich freue mich immer, wenn du hier bist. Wann planst du das nächste Mal zu kommen? Nicht bis November warten. Soll ich vorher kommen, ja? Ja. Okay, dann komme ich vorher. Dann lass mal los. Boah. Du hast ja auch keine Spiegel dran. Nee, natürlich nicht. Du Rabauke. Du siehst wirklich so viel sexier auf einer Sportler aus. Stell dir mal vor, ich bin jetzt noch oberkörperfrei. Aber mein Bauch muss dann so abgedeckt sein mit so einem schwarzen Weinen. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Ich erinnere mich. Ja. 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 Da fing es alles an mit uns. Unsere Love Story. It's really just for you. Geiler Typ. Hast du schon am Kipppunkt? Ich war hinterm Kipppunkt. Crazy. Die Jungs gestern, als die Wheelies gemacht haben, waren nicht am Kipppunkt, glaube ich. Daran merkst du den Unterschied. Wer gibt sich hier richtig Mühe beim Date und wer nicht, ja? Ich habe mir gerade wieder mein Ei geprellt, glaube ich, beim Runtergehen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht impotent, aber ich habe da noch ein zweites, also... Aua. Ah. Was würdest du sagen? Wie läuft das Date bisher? Ganz gut. Ja. Ja. Also, ich muss sagen, als es begonnen hat, war es schon eigentlich für mich eine 9,5 von 10. Jetzt sind wir gerade bei einer 9,8 von 10. Oha. Ich will, dass wir uns angucken, genauso wie jetzt, wenn wir 70, 80, 90 Jahre alt sind. Das wäre so cool. Werden wir. Oh, Pinky Promise machen wir. Die denken, wir sind hier so ein Turtel-Täubchen-Pärchen, weißt du? Sind wir nicht. Wenn das Date zu Ende ist und du sagst 10 von 10, dann ja. Und das Handy in die Buchse stecken. Weißt du, viele Leute immer schreiben, ich wünschte, ich werde das Handy. Warum? Zeig nochmal, wo ist das Handy? Ah ja. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der Kleine. David. Weißt du, was ich hier gemacht habe? Die Wheelie, wo du fast mein Handy verloren hast. Oh mein Gott, mein Handy fällt leicht. Oh, halt dein Maul. Genau hier haben wir unser erstes Video gedreht. Wo gibt es noch mehr von deiner Sorte? Sag mir das, sag mir das. Kuss. Ein Jahr und zwei Monate. Es kommt mir trotzdem vor, als würde ich dich schon immer kennen. Schon ein bisschen romantisch gerade, oder? Voll. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Dass meine Eltern nie wieder arbeiten müssen. Boah, das ist echt süß. Bei dir? Ich würde mir wünschen, dass meine Mom so glücklich wie nur möglich die letzten Jahre, die ihr auf diesem Planeten bleiben, verbringen kann. Oh. Weil die hat alles Glück der Welt verdient. Ich liebe die so sehr. Sie dich auch. Und sie hat mir meinen David gebracht, deswegen liebe ich sie auch. Oh. Das war süß. Bist ein toller Mensch. Du auch. Was hast du hier? Da. Oh. Du bist meine Sonne. Oh. Ready? Drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben sowas doch geschafft. Das ist eine Einbahnstraße. Ja, bleib doch stehen. Fahr doch nicht weiter. Was machst du denn? Ich dachte, sowas will der Typ von dir. Ich wollte ihn gerade schon anschreien, wie in Deutschland. Was willst du? Warum hupst du uns an? Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich! Du hast einen Knall, Charlene. Und das finde ich geil. Oh, oh, oh. Warte mal, warte mal, warte mal. Deine Tasche ist auf und ich glaube, da ist gerade irgendwas rausgeflogen. Echt jetzt? Ah, es war nur ein Tampon. Soll ich den holen? Siehst du ihn denn? Eigentlich müssen es zwei sein, aber einer reicht mir. Ja, einer ist auf jeden Fall geflogen, den habe ich gesehen. Was denken sich die Leute, wenn ich jetzt da gleich einen Tampon von der Straße hole? Ah, da, ich glaube, ich sehe was. Oha. Ist wirklich mein Tampon? Ja. Danke, dass du meinen einen Tampon gerettet hast. Wuhu! So, Freunde, wir haben uns jetzt hier wiedergefunden in einem kleinen, feinen Örtchen. Natürlich werde ich mein Date jetzt noch mit einem Essen beglücken. Beglückt. Nicht lang schnacken, ich mach den nacken. Ja.